Also wir haben 1996 das CRD-Studio gegründet und zwar hier in Hamburg. Wir sind in erster Linie ein Vertriebspartner für die Autorist-Produkte, für die Standardlösungen, die weltweit sich auch durchgesetzt haben und erweitern die Standardsoftware um eigene Produkte, um eigene Tools, die dem Kunden ganz spezielle Anwendungen bieten oder zum Beispiel auch einen speziellen deutschen Content. Wir betreuen heute circa 2000 Planungsbüros. Das heißt wir kennen unsere Kunden sehr gut. Wir bieten dem Kunden ein sehr ausgefeiltes Seminarkonzept. Wir haben uns von Anfang an spezialisiert auf das Bauwesen. Das bedeutet die Fachbereiche Architektur, Gebäudetechnik, Ingenieurbau und Anlagenbau und für jeden einzelnen Bereich haben wir unsere Fachexperten. Also wir sind alle Architekten und Ingenieure. Wir haben für eigentlich jede Frage eine Antwort. Ein besonderes Plus ist unsere Hotline-Abteilung. Die ist praktisch immer zu erreichen, mit mehreren Fachingenieuren besetzt. Also unsere Hotline-Abteilung ist praktisch das Rückgrat des CAT Studios. Unsere Philosophie war von Anfang an, dass wir ein fairer und professioneller Partner für unsere Kunden sein wollen, um eine zuverlässige und nachhaltige Geschäftsbeziehung aufzubauen. Heute ist in aller Munde Building Information Modeling. CAT Studio hat sehr früh darauf gesetzt, den Kunden den Weg zu ebnen, um sie fit zu machen für die Zukunft. Wir haben als erstes im Jahr 2005, waren wir einer der wenigen Fachhändler für Autodesk Revit. Wir haben mit die erste Revit-Lizenz in Deutschland verkauft, haben seitdem natürlich viele, viele Kunden gewinnen können, aber wir gehen auch immer weiter. Es gibt ja jetzt schon neue Produkte, neue Technologien. Die Digitalisierung wird weiter voranschreiten und die IT-Lösungen werden immer mehr automatisiert. Für uns ist es wichtig, dass wir den Kunden den Weg ebnen, damit er mit diesen Lösungen Praxis nahe arbeiten kann. Da sehen wir unsere Zukunft.